wo soll denn hier ein horn sein ist jetzt ein horn von einem tier gemeint oder oder ein horn wo man durch pusten kann ach so hier ist dieser tolle amulett stein das wäre jetzt auch noch eine ganz witzige frage was damit genau gemeint ist ein angelhaken aber kein pfeil ist auch nicht horn und pfeil ist ein horn sag mal du ja ist ja gut was soll denn hier ein horn sein stecke ich nicht kann hier nichts wirklich als horn erkennen schon gar nicht als pfeil soll der irgendwo drin stecken oder was ja irgendwo ist hier bestimmt was aber ich finde es nicht ich würde ja gerne jetzt wenigstens noch eine sache finden damit ich für den rest den tipp benutzen kann aber was ist das ach man nichts okay ist eine schippe aber ich finde hier nirgendwo ein horn ich finde hier niemals ein horn okay benutzen wir einfach mal unser tolles gps hier fürs horn ach so da ja dass das ein horn ist das musst du aber auch anschreiben ehrlich gut der pfeil gott wo könnte denn so ein pfeil sein das stimme ich sehe überhaupt nicht durch was hier was ist es da ein ruder ich meine mit so einem vollgestopften boot kannst du auch nicht untergehen das ist immer noch das maßband lade dich bitte schnell auf weil ich finde hier wirklich keinen pfeil bin ich bescheuert ich hätte es wieder so total toll wo dieser pfeil ach da ist der pfeil ach mensch hab ihn hilfe nie äh angelrute die hatte ich doch gerade schon irgendwo gesehen oder mir ist irgendwie so ist das eine angelrute das ist ein angelhaken vielleicht aber keine angelrute ein schlauch genau das ist ein korb das bist du eine kappe du bist keine kappe oder nein äh was ist denn hier eine kappe das ach da oben habe ich schon gewundert was das für ein komischer pfeiler ist äh fernglas bist du angelrute habe ich immer noch nicht gefunden ach so das ist das was da sozusagen geklappt liegt eine flöte was für eine flöte eine flöte so wie wir sie kennen oder eher so eine parenflöte bei der musike nachzuurteilen wird sie eine parenflöte werden äh nee flöte da hinten bestimmt auch nicht ähm ähm was ist denn hier eine flöte sagt man flöte vor allem ich weiß auch gar nicht wie die ausschauen soll das ist immer so schwierig da rein zu interpretieren wie dann diese flöte aussieht ach geh mir doch nicht auf den keks ähm hm 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 so ist mal mein tolles navi hier wieder aufgeladen es dauert ja mensch ohne das ding wäre ich aufgeschmissen hm äh okay es ist wieder aufgeladen aber ich finde hier auch ehrlich nichts hm hier in dem boot ist doch alles keine flöte So, ne, ich nehm jetzt den Tipp, ganz ehrlich. Hm? Wo soll die denn? Ach, das ist hier... Oh, meine Fresse, die hätte ich noch nie gesehen. Ah, zu gern würde ich all dies unter schöneren Umständen und mit viel Muße betrachten, aber ich muss weiter nach meiner Schwester suchen. Tragische Geschichte. Angela hatte hier wohl ihr Lager aufgeschlagen, aber wohin ist sie dann gegangen? Ja, Mensch, gute Frage. Wir brauchen einen Bumerang, Kokosnuss, Gitarre, Hundskopf, Bohr. Okay, da müssen wir wieder was fotografieren. Einem Pfeil, eine Zahnbürste, ein Gehstock, ein Löffel und zehn Steine, oder? Wenn es weiter nichts ist, wozu brauchen wir denn die scheiß Steine, sag mal? Und damit gegenweistig an den Kopf werfen, oder wie? So, das scheint ein Stein zu sein. Was für ein seltsamer Stein? Ob der wohl vielleicht irgendwo hingehört? Hm? Okay, jetzt suche ich die Steine anscheinend, um sie irgendwo hinzubringen. Das sind auch Steine. Das ist ein Stein, das ist ein Stein, das ist ein Stein und das ist ein Stein. So, wir brauchen ja noch drei. Gut, hier ist schon mal die Zahnbürste. Ein Gehstock, hier ist ein Gehstock. Ein Löffel. Das ist ein Löffel. Ein Bumerang, ähm, hier oben. Eine Gitarre. Äh. Ja. Ah, okay, ich hab das Schlänkchen gefunden. Da isse. Ähm. Drei Steine brauchen wir trotzdem noch. Wo sind die Kokosnuss, sag mal? Oh, hallo Schlange. So, da ist die Kokosnuss. Gib uns mal die Kokosnuss. Die Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ah, Gitarre. Ich finde die Gitarre immer noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Achso, hier ist ein Stück der Gitarre. Alles klar. Ähm, aber mir fehlen immer noch drei Steine. Was sind denn hier die Steine? Äh. 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 Für mich sind das da hinten immer noch Steine. Hahaha. Hm. Auch hier brauchen wir wieder so einen tollen Pfeil. Ich kann mich nicht mal mehr an den letzten erinnern, wie der ausschaute. Doch, jetzt kann ich mich gerade wieder erinnern. Der war so... Okay, hier ist der Pfeil. Aber jetzt finde ich immer noch nicht die drei Steine. Wo sind die noch Steine, sag mal? Achso, hier sind Steine. Gut. Zwei hab ich gefunden und da ist auch noch einer. Puh, geschafft. So, noch das Schwert. Dann eine Axt. Wo ist denn hier eine Axt, sag mal? Kann doch nur da hinten irgendwo sein. Das ist eine Axt. Äh. Ein Hacken. Was ist denn ein Hacken? Ach, vielleicht den Haken? Okay. Äh. Ananas. Äh. Wo ist denn hier eine Ananas? Wir hatten schon eine Kokosnuss, aber wo ist eine Ananas? Äh. Ja. Ach, da ist eine Ananas. Äh. Ein Fass. Was für ein Fass? Das Fass? Aha. Und ein Karabiner. Wo ist denn hier ein Karabinerhaken? Das ist ein Karabinerhaken. Gut. Haben wir das soweit schon mal geschafft? Oh, ein... ein... ein Rätsel? Die Steine. Okay. Äh. Diese Steine sind bestimmt nicht zufällig hier. Ich sollte sie mir mal näher ansehen, denn sie könnten mir einen Hinweis liefern. Uh. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen was über unsere Tiere. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, könnt ihr das gerne, ähm, indem ihr einfach mal Pause drückt. Dann könnt ihr euch die in Ruhe anschauen und durchlesen, was da so steht. Wenn ihr das sähelt habt, könnt ihr es um die ganze Zeit nicht Vielen Dank.